Ich hatte schon bessere Dünne gegessen. Der schmeckte wie ein Pappkarton, der zu leinen Eben gelegen hat. Der Pappel war ganz okay, aber das kann auch sein Problem haben, dass ich gerade drin sein brauchte. Ich aß den Dünner und kackt den Pappel und las die BZ. Die BZ war auf dem Tisch. In der BZ stand Manuel Barroso Tis Georgeman. Ich hatte schon mal davon gehört. Manuel Barroso ist ein EU-Typ der Deutschland. Who the fuck ist Deutschland? Der wegen Außenhandelsüberschuss ein Büßgeld aufdrücken will. Deutschland, du Opfer, ja! Außenhandelsüberschuss ist, wenn man mehr Geld verdient, als man ausgibt. Das sind die Dämpfe. Deutschland verdient mehr Geld, wenn es ausgibt, stand auch in der Dämpfe. Ich bin also offensichtlich nicht Deutschland. Ich finde die Leute, die meinen, dass sie Deutschland sind, sie könnten ruhig mal einen Gang runter schalten. Dann können die anderen auch mal das wollen. Das war auf dem Namen von Manuel Barroso. Aber die Dämpfe Leute sagen, dass sie sagen. Sie haben einfach diesen Wirtschaftsreifen hier. Das ist doch eine ganz schräge Fette. Bei dem heißt das Elf, wo du leust den reich zu vollziehen. Denk am Anfang rum. Es kostet sich doch nicht gegen den heiligen Mann. Es werden auch unter anderem verkehrt. Und der Moderator sagt, das verkehrte Welt. Das ist ja nicht für böse. Selber schön, der Schatzschweber. Deutschland, who the fuck is Deutschland? Verschneidet seine Trämpfe nach überall und schädelt jetzt. Und nach... Wenn Deutschland, who the fuck is Deutschland, was Welt ausgeben soll, sagen die Leute, die meinen, dass sie Deutschland sind, an die Augen wir tun, sag ich mal. Welt ausgeben sollen lieber die anderen. Leute, die meinen, dass sie Deutschland sind, und fallen mit dem Finger auf die Leute, die ihr Geld für Sachen ausgegeben haben, die Leute, die meinen, dass sie Deutschland sind, jedenfalls tausend haben. Ich atme noch ein Stück von dem Döner, der ging. Hauptsache, was schmeckt der noch so lange im Rennen gelegt? Immerhin war der Kaffee ganz okay, aber das kann man so lange gelegen haben, dass ich da den Händen am Rennen. Ich weiß nicht wirklich, wie ein Döner schmeckt, der zu lange im Rennen gelegt hat. Ich weiß nicht, wer Deutschland ist, aber ich weiß, dass man eben Anfang an sein könnte, ohne so verpackte Streber. Der Außenhörnesüberschuss ist der Himmel von Deutschland, und Manuel Barroso macht das nicht. Hier übrigens auch, die sind meine Beine her. Ich weiß auch nicht, über Manuel Barroso. Ich weiß nicht, wie man Manuel Barroso scheiße zu finden, aber die Tatsache, dass er Deutschland ist, ist kein Deutscher Grund. Die Gesetz war das allerdings anders, wenn der Gesetz stand, wir haben das nicht, weil wir alle sind toll, wir alle sind toll, alle sind toll, alle sind toll! Wir sind zu Opfer! Ich wollte noch einen Schmerz von dem Kaffee nehmen, aber der war schon alles. Der Döner schmeckt immer noch die Hauce, vor mir aus. Ich stelle mir vor, wie Manuel Barroso dem Kraftverständigen die Ratstunde gut abzuholen und die Raktkwirtschaftung in Richtung der Kette zu polieren, und da sah die Welt der Fleißhafte aus. Vielen Dank.